Herzlich Willkommen beim Themenbereich 2. Im Themenbereich 2 geht es jetzt ums konkrete Tun, um die Modellierungssprachen, die wir in der Prozess- und Kommunikationsmodellierung einsetzen. Es geht im Wesentlichen jetzt historisch orientiert voran in diesem Themenbereich. Das heißt, wir werden uns über die zeitliche Entwicklung von Modellierungssprachen für Prozesse ganz im Allgemeinen an dieses Thema annähern. Prozessmodellierung ist historisch immer ein Thema gewesen, das mit Programmierung, mit Programmabläufen, generell mit Technologie zu tun hatte. Da kommt es her. Und da finden wir auch die erste Modellierungssprache, die auch heute noch eingesetzt werden. Das sind die sogenannten Flowcharts und mit diesen Flowcharts werden wir uns im ersten Schritt, im Thema 2.1 beschäftigen, weil wir dort schon auf der einen Seite die wesentlichen Grundelemente eines Geschäftsprozessmodells oder eines Prozessmodells im Allgemeinen finden, auf der anderen Seite aber noch nicht die Komplexität der Abbildung haben, die wir dann in moderneren Sprachen finden. Man ist dann irgendwann einmal draufgekommen, dass gerade was diese zeitlich sachlogische Abfolge betrifft, die Flowcharts aufgrund ihres Informatikfokus ein bisschen eingeschränkt sind, nicht alles abbilden können, was in einer Organisation so vorkommt. vor allem nicht abbilden können, dass manche Dinge auch parallel ablaufen können. Flowcharts kommen aus einer Zeit, wo Computer noch nicht parallel rechnen konnten, sowas wie Multicore Hyperthreading oder sonst irgendwas hat es nicht gegeben, als Flowcharts entwickelt wurden. Wir reden irgendwann von den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und außerdem können Flowcharts nicht mit klassischen organisationalen Ressourcen umgehen. Dementsprechend hat man sich dann andere Modellierungssprachen überlegt, die ganz speziell für Geschäftsprozesse dann auch schon konzipiert waren. Und die über Jahre hinweg am weitesten verbreitetste sind die sogenannten ereignisgesteuerten Prozessketten. Die kommen aus dem ARIS-Haus, aus diesem ARIS-Konzept heraus. Dort wurden sie definiert, um genau diese Steuerungssicht, die in der Mitte sitzt, zu realisieren und die unterschiedlichen Aspekte von Geschäftsprozessmodellen oder von Geschäftsprozessen in einem Modell abzubilden. Deswegen werden wir es uns auch ansehen. Die Praxisrelevanz heute ist beschränkt, da die EPKs großteils von der sogenannten BPMN abgelöst wurde, die heute auch nicht nur ein de facto Standard ist, sondern offiziell standardisiert ist und dementsprechend auch breite oder weite Verbreitung gefunden hat. Werden wir uns dann in Thema 4 anschauen. Davor gehen wir aber noch auf die UML-Aktivitätsdiagramme ein. Die UML kennt man vielleicht, ist die Unified Modelling Language. Also Leute, die Software Engineering gemacht haben, haben das sicher schon einmal gehört. Die UML ist eine Sammlung von Modellierungssprachen zur Modellierung von Softwarearchitekturen. Auch dort gibt es Strukturmodellierungssprachen und Verhaltensmodellierungssprachen. Eine der Verhaltensmodellierungssprachen sind die Aktivitätsdiagramme. Was Aktivitätsdiagramme zwar aus technischer Perspektive kommend, aber das erste Mal realisieren, ist eine Nebenläufigkeit der Verarbeitung und eine Aufteilung der Geschäftsprozesse in unterschiedliche Verantwortungsbereiche. Das kann man in EPKs auch abbilden. In EPK steht aber immer der stringente Prozessfluss im Mittelgrund. In Aktivitätsdiagrammen ist die vorrangige Strukturierungsdimension, also das, wonach der Prozess unterteilt wird, wenn man es dann anwenden möchte, das ist nicht notwendig, aber kann man machen, der Akteur, der gerade handelt. Und das ist eine fundamental unterschiedliche Beachtungsweise, ob man die Aktivität ins Zentrum stellt und die Akteure dranhängt. Dann sieht man in erster Linie den Ablauf und hat als Zusatzinformation den Akteur dran oder ob man den Akteur als primäre Strukturierungsdimension betrachtet, den also anschaut und dann erst schaut, was tut denn der und dafür viel stärker sichtbar macht, wie denn die Akteure untereinander kommunizieren. Nachdem wir ja in dieser Lehrveranstaltung Prozess- und Kommunikationsmodellierung behandeln, nehmen wir mit den Aktivitätsdiagrammen einen Vertreter der Sprachen mit, die auch die Kommunikationsmodellierung ganz bewusst zulässt. Die BPMN ist dann ein bisschen integrativ, die nimmt sowohl die Erkenntnisse aus der EPK als auch die Erkenntnisse aus den Aktivitätsdiagrammen mit und führt das zusammen. Es ist eine sehr mächtige Modellierungssprache, wir werden uns der sehr ausführlich widmen, dazu auch mehrere Präsenztermine durchführen, um die einzelnen Aspekte da drinnen zu üben. Ist auch jene Sprache, die sich heute in der Breite durchgesetzt hat, die standardisiert ist und überall, wo ernsthaft Geschäftsprozessmodellierung betrieben wird, im Wesentlichen zum Einsatz kommt. In der subjektorientierten Prozessmodellierung haben wir einen Vertreter jener Sprachen, der ganz radikal kommunikationsorientiert vorgeht, wiederum als Kontrast zur BPMN, die in ihrer Breite sehr offen ist, was man modelliert, da kann ich flussorientiert, wie in EPKs vorgehen, oder kommunikationsorientiert. Die SBPM, und das kommt natürlich in der BPMN vielleicht als Punkt dazu, mit einer entsprechenden Komplexität der Sprache, die hat sehr viele Notationselemente, sehr viele unterschiedliche Sprachkonstrukte, die man verwenden kann, dementsprechend lang dauert es auch, um sie mit der Sprache vertraut zu machen. Die subjektorientierte Geschäftsprozessmodellierung ist auf der einen Seite radikal kommunikationsorientiert, auf der anderen Seite, aber auch sehr einfach, die hat gerade einmal vier, je nachdem wie man zählt, vier bis fünf Elemente, und mit dem kann man im Wesentlichen alles abbilden, was auch in der BPMN möglich wäre. Je nachdem was man möchte, also auch das kommt wieder mit einem Trade-Off, je nachdem was man möchte, was man betonen möchte, und ins Zentrum rücken möchte, wählt man dann eher das eine, oder eher das andere aus, und um dieses Handwerkszeug auch zu vermitteln, schauen wir uns eben auch die SBPM an. Bevor wir dann im letzten Thema dieses Themenbereichs zur Einordnung und Sprachauswahl kommen, wo wir anhand der Definition, die wir uns in 1.5 erarbeitet haben, nochmal gegenüberstellen, was denn die einzelnen Sprachen leisten können, und wie man denn jetzt für einen konkreten Anwendungsfall eine konkrete Sprache auswählen würde.